Hallo liebe FC Wetziken, hier ist Mirjam Terschun und ich möchte euch ganz ganz herzlich zum 100-jährigen Jubiläum gratulieren. Ich wünsche euch nochmals ganz viele gute und erfolgreiche Jahre mit viel Spass und Freude am Fussball. Ich möchte auch noch sagen, dass ich es toll finde, dass ihr schon seit langem Mädchen fördert. Ich war ja mal bei euch im Training. Bei der Mädchen ist es ein paar Jahre her und ich finde es mega wichtig, dass Mädchen immer mehr gefördert werden und Kinder allgemein. Und darum wünsche ich euch ganz ganz viele weitere tolle Jahre und vor allem Haupt-FC Wetziken.